Ihr sucht kostenlose Alternativen zum guten alten VLC-Player? Dann bleibt dran! Hey, ich bin Jan, Videocutter und KI-Content-Creator. Ich zeige euch jetzt 5 Tools, die euer Medienerlebnis auf ein neues Level heben. Es sind Klassiker, dabei aber auch unbekannte Media Player. Ab geht's! Tipp Nummer 1. Seid ihr es leid, für gute Media Player zu bezahlen? Ich habe die Lösung für euch. Vergessen wir VLC für einen Moment und schauen wir uns eine fantastische kostenlose Alternative an. MPV-Player. Dieser Open-Source-Player ist ein echter Geheimtipp. Er ist leichtgewichtig, super schnell und unterstützt fast jedes Video-Format. Aber das Beste kommt noch. MPV hat eine einzigartige Funktion namens Skript-Unterstützung. Damit könnt ihr den Player nach euren Wünschen anpassen und sogar eigene Funktionen hinzufügen. Stellt euch vor, ihr könntet euren Media Player wie einen Maßanzug gestalten. Also worauf wartet ihr noch? Probiert MPV aus und entdeckt eine neue Welt der Video-Wiedergabe. Suchst du eine weitere kostenlose Alternative zum VLC-Player? Dann stelle ich dir diese Option vor, den PodPlayer. Dieses leistungsstarke Programm unterstützt eine breite Palette von Video-Formaten und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche. Ein besonderes Highlight des PodPlayers ist seine Fähigkeit, beschädigte oder unvollständige Videodateien abzuspielen. Das kann sehr nützlich sein, wenn du auf eine korrupte Datei stößt. Der PodPlayer bietet zudem erweiterte Einstellungsmöglichkeiten für Bild und Ton, sodass du dein Seherlebnis perfekt anpassen kannst. Mit seiner Stabilität und den vielen Funktionen ist der PodPlayer definitiv einen Versuch wert. Probiere ihn aus und entdecke selbst, wie er deine Medienwiedergabe verbessern kann. Und hier kommt auch schon die nächste kostenlose Alternative zum VLC-Player, der MPC-HC oder Media Player Classic, Home Cinema. Dieses Open-Source-Programm bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und unterstützt eine Vielzahl von Video-Formaten. Ein besonderes Highlight ist die integrierte Codec-Sammlung, die es dir ermöglicht, nahezu jede Videodatei ohne zusätzliche Downloads abzuspielen. MPC-HC überzeugt auch durch seine geringen Systemanforderungen, was ihn besonders für ältere Computer attraktiv macht. Zudem bietet er erweiterte Funktionen wie Untertitelunterstützung und anpassbare Tastaturkürzel. Probiere MPC-HC aus und entdecke einen vielseitigen, ressourcenschonenden Video-Player für dein System. Weiter geht's im Takt mit dieser starken VLC-Alternative, der Kodi Media Player. Kodi ist nicht nur ein einfacher Video-Player, sondern eine umfassende Medienzentrale für all deine Unterhaltungsbedürfnisse. Eine besondere Funktion von Kodi ist die Möglichkeit, Add-ons zu installieren. Diese erweitern die Funktionalität des Players enorm und ermöglichen dir Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten und Online-Inhalten. Du kannst Kodi ganz einfach auf deinem Computer, Smartphone oder sogar auf einem Raspberry Pi installieren, Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und den vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten ist Kodi eine ausgezeichnete Wahl für alle, die mehr als nur einen einfachen Video-Player suchen. Kommen wir zu einem Klassiker, zumindest was meine Anfänge betrifft, DivX Player. Dieser leistungsstarke Player unterstützt eine Vielzahl von Video-Formaten und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche. Ein besonderes Highlight ist die integrierte HEVC-Unterstützung, die eine hervorragende Video-Qualität bei geringer Dateigröße ermöglicht. DivX Player bietet zudem eine nahtlose Streaming-Funktion für deine Lieblingsvideos im Netzwerk. Mit seiner robusten Leistung und den zusätzlichen Features ist DivX Player eine ausgezeichnete Wahl für alle, die nach einer zuverlässigen und kostenlosen Alternative zum VLC-Player suchen. Dann probiere DivX Player aus und genieße deine Medien in einem neuen Licht. Bevor ihr geht, noch eine kleine Bitte, lasst mir unbedingt einen Kommentar da. Welcher Player überzeugt euch am meisten? Ich bin super dankbar für euer Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.